Ein bisschen mehr zusammengekriegen, hätte ich gesagt gehabt. Mh, mh, mh. Bild mir aber ein, dass der schon mehr gehabt hat, wenn nur die zwei. Ich will ja nicht so sein. Ich will ja nicht so sein, aber ich will meinen, der hat schon mal ein bisschen mehr gehabt. Aber na gut. Vielleicht muss ich da wirklich dieses Oberstufending machen, aber passt jetzt erstmal deine Rüstung und alles drum und dran. Bei der Edelgard, da sieht man es natürlich dann am besten. Axt, brauchst du eigentlich da noch? Jaja, du brauchst dir da noch die Axt. Ja, du nimmst das, du nimmst das, passt sehr gut. Kann man so machen, kann man so machen. Passt, dann hast du eh auch da das Hakel, da hast du das Stern, da. Ich vertraue das da teilweise dennoch irgendwie nicht. Ich bilde mir ein. Ich zeige nur mal her mit der Edelgard. Okay, da hast du dann doch wieder, okay, ja, ja, dann passt es wieder. Na, ich bin da ein bisschen paranoid. Ich habe so immer so das Gefühl, so. Es, es fehlt dann der ein oder andere Stern. Wie, ich hätte schon den ein oder anderen Stern schon längst gehabt, weil des und des und des und gefühlt, es sind halt so viele Charaktere, da kannst du schon dir mal das einbilden, dass du dann doch schon das gewechselt hast. Meiner Meinung nach. Ja, gleich auf Magerin. Gleich auf die Magerin. Sofort. Wie kann er? Die fliegen da mal gleich durch die Gegend, da muss ich aufpassen, Alter. Die machen gleich auf Iron Man. Mit die ganzen Sachen. Ganz gefährlich unterwegs. Ganz, ganz gefährlich. Passt. Dementsprechend würde ich mal sagen, trainen. Sörtnerin, definitiv. Klassenbonus. Die ich jetzt im Prinzip jetzt lassen. Die ich jetzt im Prinzip jetzt lassen. Klassenbonus hat sich geil an. Die will ich halt nur wechseln. Hm. Haben auch wieder den Klassenbonus. Sehr gut. Ja, bei manchen halt intensiver und bei manchen halt weniger. Da würde ich aber eher austauschen. Da würde ich zum Beispiel den anderen Havara da nehmen, weil die sind eh relativ gut miteinander. Und die haben dann auch wieder einen Klassenbonus. Ja, dann würde ich mal sagen, kannst... Ja, können wir mal starten. Machen wir so ein... So ein Training da. Der tut mir alles mit aufschreiben. Gut. Ja, perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das schade ist halt nur, die ersten halt nur auf gut waren, aber noch gut. Da würde ich natürlich dann gleich mal wieder sagen, Edelgaard. Ich brauche es auch noch natürlich. So kann ich gar nicht verstecken, die ist gar nicht dabei. Ja, dann gehe ich mit ihr mit. Ja, soll ich gleich mit mir jetzt noch ein bisschen lernen. Definitiv. Sie... Sie kann ruhig auch einmal... Magierin? Schwierig, 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 schwierig. Ich hätte gleich gesagt gehabt, soll ich die auf Bandite machen oder sonst was. Aber wenn das halt freigeschalten ist, ja, meine Güte. Ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Die zwei müssen wir noch austauschen. Da war halt einfach nur gut dabei. Okay, der hat eh schon zwei. Da sage ich halt auch nur... Ja, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Der ist dann auch schon fast fertig. Das passt dann perfekt. Das passt dann perfekt. So will da schon die Edelgaard dabei sein. Ja, dann würde ich sagen, mal wieder... Let's go. Da werden jetzt anscheinend wieder viele fertig. Da ist das Gefühl. Ha. Warte. Eins? Wirklich eins? Oder... Alter. Also, okay, das ist eh dann Stufe zwei passt. Wollte schon sagen, so wirklich... Ist das euer Scheißernst? Passt's? Ja, der ist... Der ist ein Wahnsinn, der Buhre. Der ist ein Wahnsinn. Ah, soll er mit... Ah, nein, 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 nein. Soll ich gleich mit dem Schwertl da weiter machen. Weil da ist... Also, der hat der Speer. Dann ist eigentlich im Prinzip auch schon wieder wurscht, was der macht. Aber dann ist wenigstens gut das, weil da hat er wenigstens dann so einen extra Bonus im Endeffekt. Ich würde aber dennoch sagen, ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ich glaube, da warte ich noch ein bisschen. Ja, ich würde das so dermaßen feiern, wenn wir dieses Oberstufensiegel hätten. Was haben wir da für eine Waffe? Der hat jetzt... Was haben wir da gehabt? Der Zeugst, oder was? Ich werde ihn aber... Ja, machen wir Magier. Machen wir safe Magier. 100 Prozent. Wenn, dann soll er gleich bei dem bleiben, oder? Das ist... Scher-Cosell, oder wenn der da mit dem da herumläuft, das ist ein Wahnsinn. Der Buhre. Sorry, der soll da bleiben. Der soll definitiv da bleiben. Ja, da kann ich definitiv nix dagegen sagen. Im Prinzip, du bist ein bissel ein Scham. Ja, ich bin nochmal so nett und gebe dir ein bissel ein Scham. Birchau-mäßiger, so haben wir da nix. Passt. Nicht mehr Mache. Das belassen wir da auch da. Dementsprechend... Bum. Mhm. Damit alles auch schon fertig. Dann würde ich sagen, Banditin. Das soll sich halt mit dem da weitermachen. Ja, der wird sich jetzt sicher wahrscheinlich mal ne Axt wollen. Passt. Kann ich ja noch immer dann verstärken am Schluss. Aber dafür haben wir da wieder was. Dafür haben wir was. Ja, das kannst du nehmen. Ja, nimm dir das. Gönn dir, gönn dir. Schauen wir nur noch ganz kurz nochmal sicherheitshalber durch, ob ich eh damit jenen fertig bin. Nicht, dass ich da schön brav aussuche. Okay, ja, aber bei dem einen oder anderen muss ich dann dennoch halt trotzdem nachschauen. Aber na gut. Passt, den Rest hebe ich mir noch ein bisschen auf, weil man kann ja nie wissen. Aber jetzt würde ich sagen, weil so ein bisschen wie das ein Arbeiterdienst wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Ja, da machen wir gleich mit die zwei. Ja, das ist der Dream Team. Dream Team. Das ist gut. Wie schränke ich quasi im Prinzip nur hinten da und halten alles. HeineENE. There's something to be said for working here with everyone else, don't you think, Hubert? Quite so. I will not refuse any situation. I can twist to my advantage. Perfekt, sehr gut. Wow, das war ein schöner Veränderung von der üblichen Pressure, die wir hatten. Ja, es ist gut, dass ich etwas von Zeit zu Zeit erreicht habe. Wir müssen uns alle unsere Fähigkeiten machen. Der hat da ein bisschen zu bestecken. Das wäre es. Das wäre vielleicht ein bisschen eine Belohnung zu bestecken, aber ich glaube, das wird ja bei der Strategie oder sonst was sein. Ich glaube, hier ist das Gefühl, ich werde mich trotzdem umschauen. Aha, ja, da können wir der auch mal was schenken, hätte ich gesagt gehabt. Fix. Okay, einen Bonus auch noch gekriegt gehabt, sehr gut. Ja, das ist auch nicht klar. Blumenschmuck? Ja, wieso nicht? Und natürlich ein bisschen auf Lust damit. Schön brav jeder top motiviert ist. Schauen wir gleich mal, ob da nicht vielleicht sogar irgendwer wichtiger ist. Ja, das bist du. Was? Oh, das hole ich mir. Fix. Soll ich fix nicht? Nein. Ich glaube, da hat sich aber nichts geändert, nur weil wir in den nächsten Kapiteln sind. Ja, schade. Ja, schade. Glauben wir aber trotzdem noch ein bisschen was, aber dennoch. Schade, schade, schade. Schaut es noch aus? Vielleicht so die nächsten stufenmäßigen Sachen? Ja, so die Idee-Sachen hätte ich schon mal gesagt gehabt. Ja, genau. Sind eh nicht so viele, aber... Why not? Ein bisschen halt. Bizzle, Bizzle. Damit ich jeden so ein bisschen ausnutzen kann, wie ich dir gesagt habe. Bei dem Jomeister. Aha. Alles klar. Der Morgrenhaber. Vielleicht ist er dann auch relativ gut motiviert. Oh, das ist aber cool. Das ist aber cool. Dass wir einfach so mit einer reden können und auf Expedition einladen. Das ist geil. Ah, das ist dann das mit dem Wald, was da gemeint worden ist. Ja, fix in dem Wald ein. Safe, safe. Jetzt haben wir das dann auch. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Der will schon gleich trainieren und gegen einen Bären kämpfen. Super. Ah. So wie damals beim Hauptspiel, dass wir so reden und Fragen stellen konnten und alles. Uuuuh. Das war immer ganz, ganz kompliziert. Das war immer... Wusste ich ja immer, muss mich schon wieder an, dass ich die setzen soll. Ah. Voll und ganz zustimmen. Das kann lustig werden. Ja, hätte ich gleich gesagt, ich habe mit dir. Ja, na, ein Persönliches. Ja, ich komme jetzt an. Aber wenn du das alte mich gefragt hast, hätte ich dir ein paar Nichts darüber, wie Dinge nie besser waren. Ich bin nicht sicher über Trösten, aber ich habe ein paar Gäste. Ich bin nicht sicher über Tröten, aber ich habe ein paar Gäste. Und natürlich, das ist ganz, ganz Gute anscheinend. Aber wenigstens schon mal einen geilen Bonus. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, das war cool. Das habe ich gefeiert. Das habe ich wirklich gefeiert jetzt gerade. Dass man sogar quasi auf einen Ausflug mit den jeweiligen Charakteren gehen kann. Ich finde schon mal nicht schlecht. Die Supplieren sind die Lebensblatt des Ingenierens. Gön, 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 gön. Im Besitz, im Besitz. Aber es wird gleich sechs von den Dingen benötigt. Das kann ich nicht so liefern, Havara. Ich habe immer so die Angst, dass ich vielleicht gute Sachen vielleicht weggeben könnte, damit ich dann nur das halt kriege. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl. Jedenfalls, man kann es ja so sagen, ich kaufe es mit einem gesunden Respekt. Sagen wir es mal so. Da habe ich schon wieder Zähne von den Dingen. Da bin ich jetzt schon wieder bei Leute. Das könnte jetzt ja ausgehen, die drei. Ha! Sehr gut. Das Wurstung liefern. Damit wir wenigstens ein bisschen was zusammenkriegen, gell. Das, das. Ja, vielleicht ist ja das Zwarerschwertl. Auch das kann es auch. Das und das kann ich auch weggegeben. Ja, also die ganz... Das lasse ich dann doch noch. Schaut irgendwie gut aus. Die Axt. Verdächtig gut. Dementsprechend. Ich weiß es dann doch vielleicht nicht. So diese Zwarer und Anze, die kann man alles... Kann man alles relativ gut weggegeben. Passt. Dementsprechend. Ah, da. Liefern. Das ist jetzt auch nicht gerade wie ein Gefühl, aber immerhin wenigstens ein bisschen was. Aber dafür kann ich wenigstens sogar was einrichten. Einkaufen könnte ich eigentlich quasi die Sachen und dann könnte ich es aber eigentlich quasi dann aber auch dann wieder verkaufen. Ähm, ja. Ja. Okay, von Geschenken. Okay. Ja, da würde ich dann definitiv das Erste nehmen. Definitiv. Jetzt zeigen wir hier, was haben wir denn das Schönes. Äh, ja. Wir gehen weiter. Wir gehen definitiv weiter. Definitiv. Definitiv. Wow, 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 wow. Hey, lemmele. Was kann ich wieder bei dir machen? Erforsche die Grundlagen der Heilkunst. Erforsche die Grundlagen von Erste Hilfe. Sechs Fertigkeitsplätze. Ich glaube, da nehme ich die Fertigkeitsplätze. Die kommen mir irgendwie schmackhaft vor, die Fertigkeitsplätze. Was ist sowas voran? Aha. Aha. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wichtig und richtig. Sehr, sehr wichtig. Ganz, 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 ganz. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil das hat schon die ein oder andere Auswirkung dann schon auf dem Schlachtfeld. Das kann man leicht unterschätzen. Das kann man wirklich leicht unterschätzen. Ja, die, die Tante interessiert mich da jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Oder besser gesagt, fast überhaupt nicht. Aber ich habe mir gedacht, ob ich immer mal so zwei, zwei, wie ich mache, hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Haben wir da wo die Edel gehabt? Haben die gewechselt gehabt den Platz? Aber sowas von. Aber sowas von. Ich will unbedingt mit ihr fortgehen. Also schauen wir mal, ob es möglich wäre. Aber ich würde urgern mit ihr unterwegs sein. Ausnutzen, definitiv. Ausnutzen. Diesmal eben. Ja, diesmal Ebene. Weiter haben wir schon gemacht gehabt. Einfach ein Muss. Einfach ein Muss, dass man mit derer spazieren gehen. Sehr schön. Das ist der Gefolge. Hm, wichtig. Jetzt dürfen wir bloß nicht verkacken. Ich glaube, die Verteidigungen wie so waren ein nobeles Pass-Time. Aber ich sehe, dass du auch ein Experte an das. Hallo. Nicht ganz so besonders, aber dafür haben wir die richtige Antwort gegeben. Ich glaube, dass du die schöne Blumen benutzt hast. Nicht eine Bucke, meinst du. Nur um sie zu erinnern. Ja, voll. Hm, schade. Ja, einmal gut, einmal schlecht. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht noch zu sehr verkacken. Ja, ich glaube, da kann man nie was falsch machen. Obwohl Regentage auch nicht schlecht sind. Aber da würde es mich dann wieder interessieren, was wäre, wenn du jetzt wirklich alles, also wirklich alles richtig machen würdest, was du dann, dass du vielleicht irgendwie kriegen und dann auch mal so ein bisschen zu sehen. Okay. Interessant. Einfach nur mal so allgemein zu sehen. Wann ist das nicht so. Okay.